Oh mein Gott, ich kann's grad grad schlafen. Und läuft ne Primäre auf einen Zweitkanal. Heute erstellt, was? Was laberst du? Okay, ich hör mir mal das an. Ne Primäre? Wir packen Ü-Eier aus. Okay, ich soll es empfehlen. Ja Leute, empfiehlt mal einen Zweitkanal. Ich hab hier grad einen Zweitkanal erstellt. Läuft grad ne Primäre. Ich glaub, das zieht ihr nicht mal bei Alice Video später. Dann kommt, äh, mein Zweitkanal wird ganz... Also, unten in der Videobeschreibung. Also, mein Zweitkanal seht ihr unten in der Videobeschreibung. Komm vorbei, das ist richtig geil. Erster Abonnent haben wir schon jetzt... Ne, mal 30 Minuten, Alter. Läuft.